Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages Du bist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas Da draußen der Skylands am Startgenau So wie eine kleine Runde Let's Play Alien Isolation Oder Let's Erschrecken Alien Isolation Ich habe ein paar Hinweise Von meinen treuesten Alien-Zuschauern erhalten Dass diese komischen Vierjährigen Symbole Oder diese komischen aufleuchtenden Computersymbole eigentlich alle Sehr wichtig sind Und deswegen muss ich mich jetzt dran halten Die auch mal aufzunehmen, anzugucken Sonst habe ich ein Problem Die werden sehr nützlich sein Des Weiteren muss ich gleich arbeiten rennen Und ich will heute noch eine Folge aufnehmen Gestern konnte ich sie nicht aufnehmen Also heute ist Dienstag Gestern war Montag dementsprechend Da hatte ich halt keine Lust aufzunehmen Jetzt nehme ich was auf Und Scheiße Ich vergesse es jedes Mal Da Dann habe ich das Problem Dass mein Handy letztendlich so schnell Akku verliert Ich glaube ich muss mal das Akku rausnehmen Oder sowas Die Uhr, die Uhr, die Uhr, die Uhr ist da Das an sich Start, es geht sofort los Ich weiß Also diesmal werde ich versuchen So ein bisschen schneller zu machen Das heißt das was wir jetzt hier machen Ist auch direkt schon in der Aufnahme drin Das dauert auch schon zu den 20 Minuten Spiel starten Alien Isolation Spiel fortsetzen Ich habe auch einen Twitch-Account hier als Aber es funktioniert nicht Und zwar bin ich die ganze Zeit offline gestellt Auch wenn ich jetzt anfange Übertragung zu starten Dann wird mir das zwar auf der Xbox-Runde gesagt Okay Übertragung ist gestartet Aber wenn ich noch auf meine Twitch-Seite gehe Und gucke Bin ich immer auch offline Das verstehe ich nicht Dann muss ich mich nochmal informieren Wenn ihr Tipps habt Warum und sowas Dann könnt ihr mal in die Kommentare schroten Bitte Meine Kollegen meinten auch Die Jagd sei jetzt eröffnet Achso und das letzte Mal Als ich da ein Alien in dem Schrank drinne war Und ich wurde rausgezogen Ich glaube Erste Folge Erste Folge war das so Die zehnte Folge Also die erste Folge in der letzten Aufnahmesession So Bäh Da war das so Dass mich da ein Alien rausgezogen hat Und So Jetzt mal jetzt mal Die finden Sie Dr. Moys Schlüsselkarte Da hinten ist das von Wert Legende Kret Werkzeugwaffe Okay Was ist das da Das ist ein Hochkeller Da ist kein Durchgang Da ist kein Durchgang Oh Okay Oh Gott Das macht schon scheiße Warte mal Wo ist denn jetzt Dingens Mein, mein, mein Nein Nein Oh Scheiße Ich mag nicht Oh Gargeil Dann geht es jetzt schon Verlieb Puste Er hat jetzt schon Kein Bock mehr Oh Fuck Was war der Zugangscode Scheiße Den hab ich total vergessen Oh Fick dich Oh Scheiße Wie war der Zugangscode Nochmal Ey Ich geh nicht zurück Ich Nein Das mach ich nicht Nein Ähm 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 Äh 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 Scheiße Wie war der Zugangscode Ich mach mal hier einen Cut So Willkommen zurück Ich hab den Zugangscode Einfach mein letzte Folge jetzt angeguckt Es war die Eins Sieben Null Zwei Ah 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 Lass mich los Lass mich los Du scheiß Ich bin Nein Dui Dui Nein Dui Doi Dui 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 Alter, fäng dich. Ich übertreibe gerade nicht. Ich übertreibe gerade nur, kiep mich. Fängt das geil an. Alter. Aktuellen Speicherstand laden. 1,7,0,2. Das steht einfach so mit 4 Uhr plötzlich hinter mir. So. Ey, das ist eine scheiß Stelle gerade, jetzt mal ohne Witz. Ey, der scheiß, wie läuft die? Wo habe ich denn mein Ding hins? Ah, hier ist es. Balsch, er knapp die Anzeige. Ich muss da ja. Okay, okay. 1,7,0,2. 1,7,0,2. 1,7,0,2. 1,7,0,2. 1,7,0,2. 1,7,0,2. das sind leuchtens ding zufrieden jetzt es ist dunkel du kannst mich nicht sehen es ist dunkel du kannst mich nicht sehen es ist dunkel du kannst mich nicht sehen er ist direkt neben mir oh alter ich kann nicht ganz genau in der elke stehen bleiben okay okay ich mag nicht es ist doch scheiße von dir jetzt du affe ich mache keiner geh weg geh auf den spielplatz und erschreckt deine kinder oder sowas aber lass mich in ruhe okay okay schön langsam komm hier nicht rein komm hier nicht rein komm hier nicht rein geh weiter geh weiter Geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter Nicht bewegen, nicht bewegen Nicht bewegen, nicht bewegen Nicht bewegen, nicht bewegen Nicht bewegen, nicht bewegen Nicht bewegen Nicht bewegen Nicht bewegen Oh, scheiße. Scheiße. Ey, Leute, das wird nichts mehr mit dem Let... Oh, ist euch erschrocken. Let's play. Ich hab keinen Plan, wo ich hin muss. Oh, ich bin richtig. Ich hab keinen Plan, wo ich hin muss. Ich hab keinen Plan, wo ich hin muss. Ich hab keinen Plan. Molly, Molly. Vielen Dank. Okay, 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 okay. Also eine komische Karte. Der Schott ist voll. Alter, verfolgt er mich wirklich, ey? Er muss doch lange mal merken, dass hier keiner ist. Hier ist verdammt nochmal keiner. Ich kann mich verpissen. Wirklich? Kann's gehen? Kann's gehen? Oh, cool. Geräuschemacher. Oh fuck, oh fuck. Nicht bewegen, 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 nicht bewegen. Ah, scheiße, er hat mich doch gesehen, die blöde Drecksumpe, keine Drecksumpe, scheiß Klappe. Ich war so weit. Nummer zwei. Oh, wir machen Counter, wie oft ich von den Alien getötet werde, das war Nummer zwei. Es gibt auch keinen Kontrollpunkt oder sowas, ne? Ich sage, okay, ich habe das geschafft, aber da müssen wir das und das machen. Fuck. Okay. Das wäre das langwierigste Let's Play, was ich ever gemacht habe, weiter. Oh, na, ich muss das nochmal einsam in die Scheiße. Das war dämlich. Scheiße! Knutschi! Also irgendwann jetzt, also das erste und zweite Mal ja, aber jetzt irgendwie gerade so ein bisschen erschrecken, nee. Tut mir leid, das ist jetzt nicht wirklich. Auf jeden Fall, warum wurde es so plötzlich auf einmal hell? Was findet denn diese Lüftungsschächten zu toll? Ey, nur wegen euch zahm ich diese Scheiße jetzt hier ein. Obwohl mir das Kopf und Kragen kosten könnte. Okay. Geh jetzt nochmal hier lang. Halt, nicht zu nah ran, sonst geht die Tür offen, das könnte er hören. Das war Nummer 4 jetzt, ne? Also irgendwie wird es einfach ungruseliger, erstmal ganz ehrlich. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so ein blöder Dauererschrecker, weil sonst verliert er echt an seinen, mit seiner Glaubwürdigkeit. Ansonsten ist er nämlich leider nur nervtötend. Für eine bestimmte Zeit ist er jetzt weg. Ansonsten ist er ja nicht, ich... Ansonsten ist er immer noch nicht so ein bisschen. Oh nein. Ansonsten ist er Gewand 然後 zu. Ansonsten ist er völlig aus. Ansonsten ist er Ja, wir haben ihn auch getrunten. Ansonsten ist er plötzlich ein Blöderziger, Ansonsten? Ansonsten ändert ihn weg! Ansonsten wir gleich. Ansonsten ist erledigt. ein paar Mal gut, Ansonsten ist erledigt, Da kommt er. Das kann nicht gesund sein, wie der läuft. Also ich finde ihn sexy. Meinst du, wenn ich mich aussehe und sowas drumdödel, wer geht da drauf? Das Problem ist, solange ich eine Lüftungsschächte ist, brauche ich mich nicht zu bewegen. Ist einfach so. Hä? Wo sind jetzt denn... Da, weil ich nicht gehört, aber so eine Lüftungsschächte hochgekreft ist. Ist auch anscheinend nicht. Lange nicht... Ja! Aha! Das war die erste Folge. Boom in your face. Zeit ist abgelaufen. Da, könnt ihr es sehen. Gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen für die erste Folge in der Aufnahme der Session. Da hinten haben wir einen Kuro sitzen. Da, da ist genau ein Bild drin. Da ist er. Warte mal, also so jetzt. Da, 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 da. Ich poppe den in der Nase rum. Ich schal. Und, ähm, ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie war es? Schaut alles in die Kommentare rein. Jetzt nicht falsch verstehen. Wirklich in die Kommentare. Nicht, was ihr jetzt... Nein. Nein. Aus. Pfui! Pfui!